Es geht weiter mit E-Wolf. Wie immer die gleiche Konversation kommt nicht irgendwann, kotzig glaube ich. Das war mit Racken. Hey, hat ihn Racken schon? Ne, ne? Doch. Das ist da, wo wir gerackt wurden, wo er das Powery-Lagel gesnackt hat. Hewix-Main-Instant, hab ihn gefunden hier lang. Hast du ne Wünsche-Rute verwandt, oder? Oh ja, ich hab ne richtige Wünsche-Rute. Du willst halt nur diesen Dinosaurier da hinten begangen. Hier ist genau ein Fußstapf. Der ist da hochgesprungen. Woah, 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 was ist das? Ich schieße jetzt extra in den Kopf. Ich hab wieder die Backstelle in den Weg. Warum denn immer mich? Warum denn immer mich? Was ist das denn, Georg? Nein! Wie OP ist das, wie denn? Oh Gott, endlich! Boah, wer ist Medic? Das ist geil. Voll das hohle Geschiss. Medic, Medic. Du musst jetzt mal alle schön heilen. Was ist das denn? Ne Spinde! Du bist schon das nächste Vieh, Alter! Was ist denn das? So ne Krabbe. Ich möchte auf jeden Fall geheilt werden, Alter. Ich bin ne. So, das ist der perfekte Start gewesen in das Game. Besser kann's eigentlich gar nicht mehr. Jetzt Adrien, deswegen bin ich da nicht hinkt. Wie das aussah, wie ein Adrien weggestackt wurde, aber... Das kann auf einmal... Das krasseste ist, ich finde immer sowas irgendwie übelst krass, wenn du selber einen Charakter... Er schießt nicht! Oh, neiii. A drip in peace. Warte, der hat sein Schild noch nicht. Wer ist, wer ist Medic? Ich... Ich hiele mich doch! Alter! Nein! Das wird jetzt schon wieder passieren, wenn es uns in eine neue Pflanze reicht. Nein, das ist ein Teil! Oh Gott! Ich dachte, ich hab genug Abstand zu dem Viech gehalten. Auf einmal hab ich mich einfach weggekommen. Der Typ ist gleich Level 3. Was hat er für'n Bug? Oh. Kulorn weg. Äh, Pascal? Ich bin unter Hälfte AP. Okay. Wo bist du? Ja, vor deiner Nase. Gott ist das behindert, ey. Gott ist das behindert. Das... Richtig... Der bespricht Level 3 schon. Ja. Ab zum Power Relay. Kann ich schon mal weggehen. Ja. 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 Ich bin die Crazy Cookie. Das war das Ultra... Äh, Lohmann. Herr, die auch mal. Ich find die Partie sowieso schon vorbei. Ja, alles drinne. Ja. Wir nehmen uns noch nicht einmal gesehen. Und das ist die Stufe 3. Also gleich. Nein. Oh, wir sind am Ende der Wetter. Oh, ist da! Ist ganz in der Nähe! Oh mein Gott! 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 Da hinten, da hinten! Es läuft hinten lang! Adrian, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit! Weg aufschneiden! Weg aufschneiden! Weg aufschneiden! Ja, ich lauf doch da. Ich lauf straight drauf. Ich hol' diese Verlangsamungspistole raus. Oh! Ich wohne von neuem! Was? Das gibt's noch nicht. Bist du draußen? Ich bin schon lange draußen. Das ist, äh, The Time Guard gewesen. Oh, Mann ey. Ich hör's, ich hör's. Es ist ganz nah. Es ist ganz nah. Okay, es ist hier oben. Da hinten ist es! Ist es hinter mir? Oh Gott, ich bin in den falschen Weg gerannt. Wie einfach alle diese scheiß Markersteine. Ach, da läuft es! Es läuft mir direkt rein, das Hurenviech. Knall ihn ab mit... Nein, läuft er nicht! Er läuft hinten lang. Wir müssen ihn jetzt erfolgen. Ja, müsst auch. Da wieder so'n Sloth. Da ist er! Wo, wo wird er? Okay, er geht auf Milch! Er geht auf Milch! Er geht auf Milch! Ja, wofür soll er denn sonst gehen? Großer! Hier hinten! Was hab ich gedacht? Ihr habt ihn! Ich glaub er läuft rechts lang, oder? Wo ist unser Trapper? Nee! Du bist der Trapper! Ich bin kein Trapper! Ich bin der Sword! Ich bin so falsch gerannt! Okay, ich seh! Ich hab ihn drogisiert! Boah, was? Was ist das für ein guter Trapper? Er ist getrapp, er ist getrapp! Was ist das für ein guter Trapper? Oh! Wer braucht hier? Ist da dieser drauf! Oh, guck! Ich brauch hier! Oh! Er will mich snacken, weil ich da hier... Ich mach'n Buff! Boah, der kann doch nicht immer auf mich gehen wollen! Er will auf mich gehen, weil ich, äh... Nein! Hat er gesehen, dass er reviven wird! Alter, wie weit er mich weggehauen hat! Oh, da ist er safe! Oh! Okay, sind alle drei tot, ne? Okay, ich renn weg! Morgen, Abgang! Adrian, er läuft... Er kommt, er läuft hinterher! Da ist sie! Ja, MPP, da ist sie! Komm so, Daisy! Daisy, komm! Ja! Wer braucht da hin? Jetzt knapp Hilfe! Okay... Adrian, läuft der dir noch hinterher? Ja... Er hängt fest! Rauf, rauf! Er hängt fest! Oh Gott, er hängt! Oh Gott! Ja! Snack den Wichser! Unwürdevoll gewinnen! Auf die Softpoints! Auf die Softpoints! Ja, ja! Er kann weiter machen! Nein! Wie nehmt das war! Schnell, wir müssen... Er ist gelieft! Der Typ! Der Typ ist gelieft! Aus dem Game? Ja! Da ist nur noch Monster, der Typ, deswegen! Aber wieso ist er so schnell weggekommen? Das ist doch scheiße! Echt mal, wir hätten voll legitim gewonnen! Ja! Voll unfair! Und die... Die könnten einfach zu schnell weg, können die Viecher! Oder er ist irgendwie disconnected oder so... Und deswegen ist es auf der Stelle gegangen! Wer hat... Ich... Don't fucking fight for fucking... Ach... Ich nenne ihn wieder... Ne, ich bin eh eh Nupig, sterb mich eh! Wieso? Ich sterb doch! Oh Mann ey, jetzt haben wir hier wieder komplett aus den Augen verloren hier! Das ist doch... Scheiße! Mäuse melken, ne? Was ich zum Mäuse melken, ne? Was sollen das? Warum verlieren wir die Mäh? Wie mädt man eigentlich ne Maus? Ja meine, die Maus? Und drückt man einfach so dort zusammen, bis sie platzt! Da macht man die gemolken! Der Dominik! Hahaha! D amidst noch! Oh no! Neeeeeeein! Nein! Jetzt ist sein level 3 und ich bin genau neben dem Viech! Er regeneratet ja eigentlich Power? Ja! Er hat fast wahrscheinlich so viel gefressen! Ey wir hatten ihn fast! Das war so... Jürgen Köln das war ein und wer da was gefressen kann so nicht fressen weil ich heute bei der Wahl für eine Wahl auch heute er hat er mit mir rechtlich haben der Grundein war auch so ein Grunde Nö ich habe Tüpfladen gewählt ich bin ein Wettbewerb die Pflada oder was ich hab die Wolf Alpha gewählt wir hatten natürlich komplett verloren ist kompletten Wecklosen das Power Relay Abzug einfach zu Power Relay aber die haben so einfach nicht mehr verdient diese Runde zu gewinnen das ist ein Quatsch ja richtig gut Prozent wenn wir so Musik hätten oh man, ich dachte, mein Orbitalschlag snackt den jetzt richtig weg not so weiß ich, kann der Leben Regen? ja, ich glaube, indem der jetzt so ein Monster frisst also er kann fressen, ja, aber damit damit, ähm hoffentlich kommt in den Evolution zum Modus rein, wo alle fünf das Monster sind wir sollen erst gleich beim Power Relay und dann ist das so ein frei für alle Match zwischen Monstern da kann man dann bestimmen, wer das geilste Monster ist hm oder der Trap, der, der macht ne Trap glaub ich auch nicht, das macht überhaupt keinen Sinn der rusht jetzt einfach da rein und dann zack ich hör den doch schon wieder ich hör den immer so, als wenn der direkt neben mir wäre ich hab nen Snipper, ich geh mal hier nach oben und von hier oben kann ich euch alle noch regeneraten ich geh auch hier mal nicht so weit weg aus Sichtweite ich muss sich noch heilen deswegen ist er, verschreckt gar keine Birdies mehr ja, wenn er schleicht, dann verschreckt er die auch nicht, glaube ich wie weit ich das einfach machen kann, dieses Spiel guck mal, wo ich einfach bin wieso bist du da ey, wir schaffen das eh nicht, das steckt uns sowieso gleich weg aber sollten wir auch ja, also, das Spiel werden jetzt aufhören, fertig, zack, Ende hier ey, versteckt euch mal alle, dass ihr zum Power Relay geht, dann kann ich meinen Orbitalschlag schießen naja, ich hab' ich schon die ganzen Kack, äh, äh, Nien hingelegt wieso kannst du da draufstehen, ich kann das nicht kann man sich eigentlich irgendwie ducken? hab' ich auch schon gedacht, ne, geht nicht ne, Auge zu ja, so ein Wasser verstecken, so wie bei Predator das können wir rauskommen mit dem Zweikampf machen kann man da oben rauf, Georg, über den Zaun rüber, wo du grad bist? das möcht' ich grad nicht probieren, weil ich mich ziemlich OP fühle ne, kann man nicht da ist eine dunkle Macht, die das verhindert scheiße, jetzt hab' ich mal einen Braff gemacht auf jeden Fall ist das giftige Wasser hier ja, ne, zu langsam könnte er ja mal kommen ja, dachte ich auch kurz so der hält doch so viel aus der hat, das Schild hält anfangs schon so viel aus hat's denn runtergeschubst, Georg das war aus Versehen, als steh' ich hier oben Adria, weißt du wie krass mich das gerackt hat? ne hast du mein Leben grade man Adria, das war meine geil, der Daisy kannst du da auch hoch krasser Dayday was für'n Sympatrieträger was für'n ey, wir haben das Monster, warum bewege ich was passiert hier? wieso bewege ich mich automatisch? ne ich mach grad nichts der geht auch noch mal schrückwärts dann drück'nummer S, dann drück'nummer S, Adriaan weil du'n Bot bist S 300m, 300m Marker der der den weitesten Marker hinkriegt ich stehe nicht auf einer Stelle ich stehe nicht auf einer Stelle da hat er doch 130 Uhr ich hör' das man's irgendwie glaub' ich hier auf jeden Fall irgendwas rumstapfen na bitte ne aber er hat keine Chance der wird uns niemals töten können ich hab' das Gefühl aber wer kann auf wenig kommen und nur versuchen das kann ich sagen dass es jede Runde so abläuft das sind halt wieder die Menschen die sind halt so blöd denn danke man hier Bandit Like Backcamp ja aber was hat das mit Bandit Like Backcamp zu tun? weil du mal wie weit ich den bieten kann also drehen das ist das ist so weit spaziert so hoch das hat nur Hälfte AP aber das Schild ist natürlich da wer hat das Schild? Guck mal, guck mal, guck mal, Jo das Schild wurde direkt so geplägt, dass ich nicht reinschießen kann er versucht auf mich zu schießen würde jemand noch bitte dieses Schild wegnehmen ich kann aus dem Weg nehmen boah, der Idiot jetzt bin ich außerhalb der Schild ist und kann einfach nicht reinschießen hab ihn gedruggt hab ihn gedruggt, hab ihn fast eingeschläfert guck mal, guck mal, wie langsam der Penner wird der Penner ey, will der mich verarschen? wer kann derی bitte sa? ich bin da lang einfach schreibst oder einfach Eyespanisch Oh witz, oh, jetzt geht es er will mir ein Art´playARRY turbulence da liegt der Hak da liegt einer Neckte tot ähm, Pol kratsikookie ist es nicht bereit? er kommt her unter Katzen Der hat mich echt damit getroffen, das ist doch nicht. Wo ist er? Der ist wunderbariert! Herr, heil mich mal Pascal, Pascal, du musst mal heilen. Warte. Guck mal um dich. Ja, ja, hoch. Hier oben, hier oben, hier oben. Danke. Wo ist er, wo ist er? Haut er ab? Ja, haut er ab. Der kann doch nicht abhauen. Wir müssen ihn verfolgen! Ist doch sein Problem oder nicht, wenn er abhaut. Nein, sonst heilt er sich doch wieder hoch. Ja, aber der muss doch in zwei Minuten das zerstören. Ich will doch nicht, dass das doch in zwei Minuten langweilig wird. Oh, ich bin in der Fall! Ich bin in der Fall! Hilf, 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 hilf! Oh, jetzt kommt er. Ah, gut, dann bleiben wir hier, oder was? Da hinten ist er. Da sind gerade irgendwas drin. Ach, soll ich sehen. Der Nektar. Ich treffe ihn auf jeden Fall. Er kommt. Er kommt für einen finalen Battle. Ich habe dich in der Fall! Geh, krass! Ich habe dich in der Fall! Nein, ich geh drauf! Ich geh 100%ig drauf! Das ist auf jeden Fall schon mal getroffen. Oh, f***! Hier oben! Komm, du musst schnell hin! Komm, du musst schnell hin! Komm, du musst schnell hin! Der ist nicht! 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 ach man der Urbital Schlag ist doch das krasseste Ding ever wohl diesmal nicht so viel Schaden gemacht hat, ich glaub ich hab ihn nur einmal getroffen oh shit, ich hab DC DC Universe, aber warum kann ich mit euch reden, ich hab grad kein Internet weil wir vielleicht gar nicht im totalen aktiv sind naja, das hat die Wolf gar keinen Sinn hab ich ja nichts gekriegt naja nein, ich hab nicht kein Body gekriegt das war so wie Damage gemacht glaub ich und jetzt hab ich nichts dafür gekriegt ich hab insgesamt 10.000 Damage gemacht oh ne, jetzt spiel ich nicht mehr tschüss ach Adrian, halt deinen Maul und komm rein komm schon bitte Bruder